Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 25. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und unter Grün Solingen, was eine einzige Unverschämtheit ist, ich zeige es nochmal gerade. In Grün Solingen steht, Birgit Walter leitet die Musikschule jetzt offiziell. An der Stelle möchte ich gerne den Film Die Supernasen empfehlen. Kann man sich mal angucken. Birgit Walter leitet die Musikschule jetzt offiziell. Unter dem Foto mit der Unterschrift Tobias steht, Birgit Walter dankt Vorgänger Dieter im Goldacker. Birgit Walter ist seit April die neue Leiterin der Musikschule. Jetzt wurde sie offiziell in ihr Amt eingeführt. Birgit Walter, die auch die kaufmännische Leitung des Hauses hat, kann in Zukunft auf mehr Landesmittel setzen. O.B. Kurzbach betonte, die Musikschule sei ein wichtiger Bildungs- und zugleich Kommunikationsknotenpunkt. Kommunikationspunkt, Knotenpunkt, weiter auf Seite 15, nur nicht für mich vor der Kamera, tschüss.